So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Es ist soweit der nächste Community Day, wurde angekündigt. Und nachdem der Dezember, super Best-of-Community Day, ja den vielen Leuten zu kalt war und zu durcheinander und kein richtiges Konzept und viele Spawns auch eigentlich uninteressant waren, wenn man die normalen gespielt hat oder auch die Tage zu unterschiedlich, haben wir jetzt wieder einen ganz normalen C-Day im Januar und das alte Konzept ist zurück. Es wird ein Pokémon als Shiny eingeführt, was wir vorher noch nicht als Shiny haben und da freue ich mich besonders drauf. Ob das jetzt nützlich ist, das Pokémon oder nicht, das ist erstmal die zweite Frage, aber ich freue mich immer auf diese ganz normalen, ich sage mal vorsichtig, klassischen C-Days, wo wir also einen Pokémon mit Shiny-Einführung kriegen, wie damals Bisasam. Diesmal auch ein Pflanzenstarter und zwar Igamaro. So, das Rascheln im Hintergrund ist diesmal übrigens nicht von Adi gesponsert, sondern von dem Muttertier, die hier auf dem Boden rumkriecht und versucht ihr komisches Paket einzupacken. Da können sie ja mal kurz rumdrehen und zeigen. Nein, bist du bescheuert, was machst du da? Ah! Das muss sie ja ausgerechnet jetzt machen, weil ich muss sie ja auch gleich noch heimfahren. So, Community Day im Januar 23, Igamaro. Und es war ja klar, dass auch die drei Stardar aus der Region irgendwann kommen. Da muss man jetzt nicht traurig sein. Sich eigentlich froh, äh, froh, froh drüber sein, dass sie jetzt kommen und wir die dann auch als Shiny haben und abhaken können. Geht ja trotzdem nur ums gemeinsame Spielen, Spaß haben und drei neue Shinies mitzunehmen. Das Ganze findet am 7. Januar statt, wieder an einem Samstag und wieder von 14 bis 17 Uhr. Mal gucken, ob ich es da schaffe, mit Pupsi dann wenigstens eine Stunde draußen spazieren zu gehen, die, äh, Community-Quest zu machen, Level-Aufstiege zu machen. Alles, was man sonst also normal an einem Community Day macht. Community Day im Januar 23, Igamaro. Samstag, 7. Januar, von 14 bis 17 Uhr Ortszeit. Beim Community Day steht das Starrelkopf-Pokémon Igamaro im Rampenlicht. Pokémon des Tages. Wilde Igamaro erscheinen häufiger. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Igamaro in Pokémon-Gro begegnen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Shiny aussieht, aber die Vergangenheit hat gezeigt, meistens sind die einfach ein bisschen heller. Gerade die Pflanzenstarter haben, glaube ich, bisher noch nie so einen großen Umschwung gemacht. Beim Wasserstarter gab es meistens die deutlichsten Unterschiede. Ich denke auch hier, Igamaro wird nicht sonderlich spektakulär aussehen als Shiny. Exklusive Attacke, Flora-Statue. Ist auch bekannt, die meisten Pflanzenstarter, die wir hatten oder die wir dann bekommen haben, beim Sea Day haben Flora-Statue erlernt. Ist an sich natürlich die bessere Pflanzenattacke. Boah, das nervt. Ist auf jeden Fall die bessere Pflanzenattacke, aber so stark wird das jetzt, glaube ich, nicht, wenn wir schon Bisa Flora mit Flora-Statue haben, was eine Mega-Entwicklung hat. Wenn wir jetzt Gewaldro als Mega-Entwicklung mit Flora-Statue bekommen haben, glaube ich nicht, dass Brigaron großartig irgendwas reißen kann. Trotzdem nimmt man den natürlich mit. Mit einer Event-Attacke für die Sammler ist das immer ein Muss. Es wird wieder eine Spezialforschung geben für einen Dollar, die man natürlich selber kaufen kann oder verschenken kann an Freunde. Bin ich mal gespannt, ob mir die jemand kauft. Ansonsten kaufe ich die mir selber und dieser 1 Euro ist eigentlich immer gut investiert. Ihr kriegt da tolle Boni, tolle Items, Premium-Items, Gegenstände hin und her, eine Begegnung mit einem ausgewachsenen Brigaron. Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus, wenn man sowas im Fangbildschirm hat. Also diesen 1 Euro einmal im Monat sollte jeder irgendwie haben. Jetzt macht die hier noch das verschmierte Licht aus, aber gut. So, Kevin allein zu Hause. Event-Boni sind auch immer wichtig. Es gab ja sonst immer die Community-Days. Da waren die EP in den Vordergrund gestellt. Dann wurde mal der Staub in den Vordergrund gestellt. Dann mal die Brüttestanz. Die letzten Community-Days waren eher so, dass ihr einfach alles gleichzeitig hattet. Wie sieht es jetzt hier aus? Doppelte Fang-Bomb-Boms. 4 mal so schnelle Brut-Distanz. Aktivierter Rauch hält 3 Stunden. Ein zusätzlicher Spezial-Tausch. Doppelt so hohe Chance auf XL-Bon-Boms ab Level 31. Lock-Module 3 Stunden. Schnapp-Schüsse. Die habe ich übrigens jetzt wieder vergessen am Super-Community-Day. Und 50% Tauschkosten. Also 50% weniger Sternenstaub beim Tauschen. Das heißt, es gibt keinen Sternenstaub-Bonus. Nicht doppelten Staub oder dreifachen Staub wie manchmal. Es gibt auch keine erhöhten Erfahrungspunkte beim Fang. Hier dreht sich diesmal alles ums Brüten, Rumlaufen und Bewegen. Es wird wieder Bonus-Raid-Kämpfe geben nach dem Community-Day. Wie immer ist das also, wenn die Zeit um ist, 17 Uhr, erscheinen diese besonderen Stufe-4-Raid-Kämpfe. Wenn ihr das besiegt vor Ort, wo ihr nicht einladen könnt, erscheinen dann also für eine halbe Stunde um die Arena rum nochmal die Sea-Day-Spawns, sodass ihr das noch ein bisschen ausdehnen könnt, verlängern könnt. Habe ich bisher noch nie genutzt. Mir waren die drei Stunden immer ausreichend. Ich würde auch nicht unbedingt Raidsits machen hier mit Iger-Starnish. Wenn ihr das vorhabt, schreibt es mal rein. Und warum? Aber ansonsten habe ich darin bisher noch keinen Anreiz gehabt. Bonus für den Sieg. Genau, da steht es auch nochmal bei Igamaro, die da erscheinen. Die haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, schillernd zu sein, wie die, die in den drei Stunden erscheinen. Also wer halt drei Stunden gespielt hat und kein einziges Shiny hat, könnte theoretisch über so einen Kampf nochmal eine halbe Stunde Spawns generieren lassen, um zu versuchen, ein Shiny zu bekommen. Sticker steht auch wieder da. Ihr erhaltet Event-Sticker, wenn ihr Pokestops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Und ansonsten sind das eigentlich alle Infos, die wir haben. Also, mehr ist es nicht. Igamaro, neu als Shiny. Wie findet ihr dieses Pokémon? Findet ihr das gut, schlecht, nützlich? Habt ihr schon mal was damit gemacht? Habt ihr schon ein gutes, was ihr einfach entwickeln könnt? Braucht ihr noch Bonbons? Ich habe eins auf Level 50 in 100%. Weiß ich jetzt nicht, ob man mit einer Top-Lade-TM dann unbedingt Flora-Statue da drauf zimmert oder ob man einfach ein zweites entwickelt, hochzieht, pusht auf 50 und sinnlos Staub ausgibt. Was ist sinnloser? Nochmal eins auf 50 zu pushen mit Flora-Statue oder über eine Top-Lade-TM dem, was man hat, Flora-Statue zu geben? Staub ist wertvoll, Top-Lade-TM ist aber auch. Schreibt mal rein, was eure Meinung ist. Ansonsten freue ich mich trotzdem auf das Shiny, auf die Forschung, auf einfach was Neues. Es muss nicht immer das Beste und Größte und Fetteste sein. Was Neues reicht mir schon. Eine Stunde spazieren gehen passt auch. Freut ihr euch drauf? Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns gleich im Stream. 20 Uhr bei Chill mit Ramses. Bis dahin. Peace out for. Haut euer Ramses. Ciao. Ciao.